Ihr wollt es alle hören, oder? Ja! Ich wollte nur sagen, nicht nur Hamburg, nicht nur Hülsen, nicht Winsen, auch Lüneburg ist gegen Akta! Alles klar, wenn ihr alle das hören wollt, Entschuldigung, wollt ihr es hören? Ja! Alles klar, ich will aber auch, dass ihr alle mitmacht! Ja! Okay, es geht los! Es saßen zwei Gestalten, die von Akta gar nicht zeigten, und sie schrien nach Anti-Akta, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Dritte, stellt sich in die Mitte, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Vierte, Der mit ihnen debattierte, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Fünfte, der die Nase rümpfte, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Sechste, der brachte ein paar Äxte, Und sie schrien nach Anti-Akta, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Siebte, der die Freiheit liebte, und sie schrien nach Anti-Akta, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Achte, der... Der über Akta lachte, und sie schrien nach Anti-Akta, und sie schrien nach Anti-Akta, und dann kam der Neunte, der vor Wunsch und schäumte, und sie schrien nach Anti-Akta, und sie schrien nach Anti-Akta, Anti-Akta, und dann kam der Zehnte, der brachte, dass er sehnte, ein Europa gegen Akta, ein Europa gegen Akta, und dann kam die Einsicht, und verbot Akta schlecht, will man nicht Anti-Akta, will man nicht Anti-Akta, danke, und dann, alles klar.